Ich bin auf die NASPA aufmerksam geworden dadurch, dass ich einfach immer Mathe schon cool fand und ein Wirtschaftsabitur gemacht habe und dementsprechend hat sich der Weg dann für mich hier ergeben. Ich durfte dann das duale Studium mit der NASPA zusammen machen und jetzt ist es so, dass ich das Trainee starten durfte hier im Firmenkundenbereich, wo ich auch schon immer hin wollte und jetzt darf ich mit zu Kundengesprächen, darf diese unterstützen, vorbereiten, aber auch nachbereiten, darf aktiv mitarbeiten, darf auch Vertretungen übernehmen und bin einfach unglaublich glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin. Man hatte immer Personen, die um einen herum waren, die mit einem den Weg gegangen sind, die mit einem auch das Studium absolviert hatten. Man hatte immer jemanden zum Ansprechen und Fragen stellen, man hatte immer Unterstützung. Also man war eigentlich nie alleine. Für mich außerdem super vorteilhaft war einfach, dass ich mich in den einzelnen Phasen immer auf eine Sache konzentrieren konnte. Das heißt, wenn ich in der Universität war, konnte ich mich darauf konzentrieren und wenn ich eben bei der NASPA war, konnte ich mich hier auf die Arbeit komplett einlassen. Besonders schätze ich an der NASPA im Sinne des Leitbildes das Thema Partnerschaft, weil gerade hier im Firmenkundenbereich können wir die Firmen von Anfang an, von der Gründung als Start-up bis hin zur Nachfolgeregelung und auch währenddessen einfach immer unterstützen. Wir bekommen die Möglichkeit Einblicke zu erhalten und wir haben einfach immer eine partnerschaftliche Beziehung und können immer unterstützen. Ich bin Trainee im Firmenkundenbereich bei der NASPA und wann startet deine NASPA Karriere? Das ist auch nicht, ob wir auch nach Beziehung. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!